Ich hab noch ne Flasche Paul, willst du noch ne Flasche, oder? Ja, ich brauch ne Flasche, ich komm rein Komm mir in das Haus, hier ist ne Feldflasche Ja Ja hier, ah ne, was ist das? Alkohol-Tinktur, ok Wir wissen doch alles, wenn wir Whisky getrunken haben Das ist ja auch nicht so gut Buchen Alkohol haben wir getrunken Weil diese Alkohol-Tinktur ist ja eigentlich ganz praktisch so Hab was zu essen gefunden Geil Wo bist du jetzt, Paul? Ich denk, du willst hier nen Shit hier haben Bin im ersten Haus drin, ne? Hast du jetzt die Flasche hier? Ach da Guck, ach da ist sie Alles klar Ja, die mach ich nochmal voll, ne? Oh, meiner springt erst mal auf den Brunnen Ähm Nein, das ist ein Zombie Juße Pump Muss ich die Flasche erst leeren, bevor ich sie fülle? Ah ne Ok, also wenn wir gleich nochmal mega dick Hunger haben, können wir noch was essen sogar Ich hätte hier noch so ne Trumpet, falls einer Interesse hat Oh, die die ich hab Na ja Und ein paar Sonnenbrillen liegen auch noch hier Oh ja, ne Sonnenbrille Oh ja, ne Sonnenbrille Welche Maus bist du jetzt im zweiten war? Oh ja, ja Was ist das hier für Kohle? Was ist das? Ne, das ist Dünger Oh, hier ist sogar ein Tarnhut Und hier liegt noch ne Cargo-Pants Falls einer wenig Platz in den Taschen hat Grey Tactical Shirt Brauchste, Basti Guck mal da, da liegt ne Cargo-Pants Oh ja Die nehme ich Soll ich mal deine Jacke flicken? Ja, das kannst Äh, ich kann alles Leg mir die mal dahin irgendwie Mach die mal leer und leg mir die mal dahin Warum setzt denn meiner die Dings nicht auf? Was setzt denn hier nicht auf? Wille Ja, ffff Sieh doch nicht, warum die nicht aufsitzt Mann, hier ist irgendwas drin in den Koffer, ja ist es Äh, zieh mal aus hier die Lumpen Ich glaub meine Ah nein, du hast, ah du hast ne Regenjacke Ne, da geht's tatsächlich nicht Kann man Sturmmaske und Dings nicht kombinieren? Sturmmaske? Hä, was wollt ihr denn hier, wollt ihr denn hier machen? Nein, ich wollt seine, seine Jacke flicken Achso, äh, da vorne lag ne Tactical Jacke Die ist, vielleicht geht's mit der? Die lag hier hinten im Haus auch drin Vielleicht geht auch dieses Ding ran In dem Haus hier, oder was? Ja, in dem wo wir grad sind Aber ich kann die Sonnenbrille nicht aufsetzen Wo lagen die? Ähm, wisst ihr nicht, hinten drin oder so Ey, ich kann die Sonnenbrille nicht mehr aufnehmen Könnt ihr die Sonnenbrille aufnehmen? Ja, dann lass mich mal gucken Welche, die da? Ja klar Ich kann die auch, äh Kann sie nicht nehmen, ich kann sie zwar Ziehen, aber nicht auf so Ne, ey, was ist das? Jetzt machen wir mal Platz hier, Opa Was ist Leim? Wer braucht denn hier Leim? Guck mal, ich kann die Sonnenbrille sogar von hier greifen Zack, ist so weg Jetzt komm her, ja Boah, geil So, jetzt muss ich sie nehmen Das ist Düngerboden Jetzt hat er sie Jetzt hat er sie Wer wollte so einen Hinten packen? Ah, der ist aufgesetzt gleich Jetzt, jetzt kann er das Jetzt, jetzt kann er das auf einmal Hier ist auch so ne geile Mütze So ne blaue Ich hab's in... Und hier ist die Tactical Jacke gewesen Oben Ja, ja, das ist nur ein Sweatshirt Oh, Shirt, shit Ja Das ist ne Jacke hier, wäre super Jetzt ist mein Typen kalt, Mann Was ist denn los mit dem Arm? Okay, ich geh mal jetzt ins nächste Haus, oder? Ja, lass mal hier das braune, das große Der braune Große Was ist? Hier gab's doch früher mal Waffen Waren das nicht hier? Ne, sind die nicht mal Alter, ich hab grad verschrocken Vor der Tür, ey Ich dachte hier ist ein Bewegungssensor Oder sowas Ja, genau Iiiiit Okay, die haben den Loot anscheinend wirklich geändert Seit dem Update Oh, jetzt findest du nicht im Haus was Ich glaub wir Häuser, da hast du grundsätzlich nie was gefunden Aber das ist manchmal auch richtig hart leck, ich muss mal die Grafik umstellen Ja Die haben sich auch schon beschwert auf Steam, das ist manchmal so krass leck Jo, Qualität, mach ich jetzt mal Terran, sehr niedrig Wolken deaktivieren, Schatten deaktivieren Schließen, 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 schließen Leckt immer noch ein bisschen Konfigurieren Ah, vielleicht sollte ich, ähm Die Auflösung ein bisschen umstellen Äh, 1000 Was kommt unter 1000, äh 1600 mal 900? Basti Wenn ich 1200, wenn ich 1920 hab und 1080, das kann ich doch runterstellen Ja, mach mal auf 1600 mal 1900 Okay, ich mach's einfach Und, es lädt Und, empfange Und, du musst das Spiel neu starten, damit die Änderungen wirksam werden Okay Aber, ich starte jetzt nicht mehr, ich warte bis es landet Ja, jetzt läuft's flüssiger Oh, da ist ein Zombie Ja, warte ich mach den Ja, warte ich mach den Der kippt nicht um, Leute Der kippt nicht um, Leute Ich will jetzt da nicht in die Schussbahn laufen Alter, dann steh rauf Alter Oh, das ist ein Zombie in meinem Haus, leck mich doch am Arsch Das ist bestimmt der der bei mir Ist es auch, glaub ich Loll Ich hab den 10 Schuss oder so gegeben und der ist nicht umgekippt Loll, der stuppt einfach nicht Wissen wir den grad mit der Axt penetriere? Wo ist'n der? Oh, jetzt Verrecke hier Alter, ich hab den ganzes Magazin reingedreift Jetzt kommt hier noch inner Oh, 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 oh Shit Da klack das doch her Öfe, wenn ihr jetzt schießt, dann könnt ihr mich treffen Weil ich renne hier draußen rum Achtung, das bin ich Achtung, ich bin hier Ja, der ist tot Ah, der sagt mich natürlich getroffen Nein, der ist noch da! Der lebt doch! Der lebt doch! Da kommen noch zwei jetzt, ne? Schieß bloß nicht auf mich Oh, 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 oh Ich hab'n Defi, stell dich nicht so an Schieß nicht auf mich Ich hab' ihn getroffen, jawoll Jetzt schieß doch Ich hab' ihn doch getroffen! Jetzt komm' rum! Ich hab' ihn schon wieder getroffen Jetzt mach' Platz hier Oh Gott Ich hab' ihn noch einen gegeben Alter, wie viel die schluck'n Oh, mein Blut läuft aus Ich bin total ungerig Jetzt komm' er hier Jetzt komm' er hier Aber du hast schon mal mit Headshot versucht, oder? Ich kann ja nicht in den Kopf schießen Jetzt hast' Na endlich Alter Falter Bandagier' dich Ich hab' nix zum Bandagieren Ja, dann geh' ins Haus Doch, hab' ich Nimm dein... Ja, oder nimm dein Tuch Und rups' das Oh, Moment Okay, ich brauch' dann... Ich muss dann jetzt essen Also, brauche ich'n Dosenöffner Äh, ich hab' einen Hier, komm, ich geb' dir direkt noch ein bisschen Oh, meine Auflösung... Ich muss das Spiel wirklich neu starten, damit die Auflösung klappt Ja, super Was ist denn... Oh... Ich dachte gerade... Warten... Oh... Alter... Stattest du jetzt das Spiel neu Oder drehst du ihn noch einen Rund im Kreis? Ich... Ach so, ich... Ich hab's noch nicht neu gestartet Ich dachte... Ich dachte wegen dem S... Na gut, warte... Ich muss jetzt mal noch... Wichtig... Ja, das soll die Münzen zählen Genau Ich glaub' das ist ein Luftgewehr oder sowas Das macht ja gar keinen Schaden Ja, weil Kaliber 22 ist jetzt nicht so das Riesen-Kaliber, ne? Ja, ich glaub' da ist Headshot zwingend notwendig Ja Oh, play, play, play Ich geb' dir Headshot Ich rasier' dich Okay, 22 Sekunden noch Äh... Wie viel 22? 23 Ich muss echt sagen, dass ich mit der Axt irgendwie besser bedient bin, find' ich Ähm... Nahkampf... Nahkampf auf jeden Fall Ich hab' im Nahkampf, äh... Nischt Nischt Finde ich ein bisschen doof, dass ich mit deiner Knarre nicht zuschlagen kann Ja... Das stimmt Ich kann doch mal irgendwie was zu essen suchen hier Ja, das ist ne gute Idee hier Ich lebe naaaaaaah Okay, ich hab noch was zu essen Ich brauch' nur'n Dosenöffner, wie gesagt Hm... Ja, Dosenöffner hab' ich Ja, dann... Gib mir den mal bitte Ja, dann... Gib mir was zu essen Ja, dann... Ja, dann... Ja, dann... Kann man jetzt das jetzt mal anfügen Ey, den füge ich jetzt nicht ein Alter, ich muss die Qualität noch weiter runterstellen, weil das läuft echt nicht... Das hängt voll hinterher, die Kamera Ja, aber das ist normal, das ist bei mir auch Echt? Da bin ich auch schon dran gewöhnt Das macht einen total... total fertig Ich glaub' das Spiel lief auch noch nie richtig wie es sollte Alter, bei mir läufst du grad an der Wand lang Ist egal Wo bist du eigentlich jetzt hin hier, Collegro? Mit dem Dosenöffner Äh, ich steh' hier in dem Haus drin, in dem Flur Ne, hier ist kein Amt Wo seid'n ihr jetzt hinten? Wir sind auf der Hauptstraße Also ich bin auf der Hauptstraße Auf der Hauptstraße? Ja, naja, auf der Straße, wo wir laufen sind Da stehst du ja gut Da stehst du gut Wo bist du? Äh, ich komm' jetzt auch gerade auf die Hauptstraße Ich bin jetzt hier bei der Tankstelle Ja, ja, ich komm' grad zurück Ja Auf dem Fieberthermometer, ne? Oh, Fieberthermometer ist super, doch, ohne Scheiß I'm extremely hungry Ja Kannst du den Arsch stecken, Alter Hast du... Da hast du Spaß dran Hast du Temperatur, hast du Das ist aber so ne coole Weste, ne? Alles gut Eine Kugel ist sicher Habe ich Schmeiß mal hin, dann Döschen Boah, ich hab aber übelst viel Hunger Extremely hungry, und du? Ja, mir geht's gut, ne? Guck meine Wampa an Pfff Alter, hier liegt noch ne Dose essen Ja, sehr gut Ich nehm auch eine Guck mal, ob hier noch was drin ist zu essen Hä, geht die Tür nicht auf? Die gehen noch damals auf, die Türheizung Ist das immer noch so, dass ein Motorradhelm Einen Schuss aushält? Einen Kopfschuss? Kein Plan Also, so wie ich den Typen eben umgenockt hab, nicht Was ist denn ein Heatpack? Keeps your warm Heatpack? Das kannst du in die Tasche stecken und aktivieren Das ist so ne... Cool, auch meiner... Was heißt ein Starving? Starving? Du stirbst, weil du verhungerst Und dann brauche ich bitte was zu essen Ja, warte mal, ich leg dir mal die eine Dose schon mal hier hin Ja, ich leg dir die anderen zum Öffnen Ja Eat all muss ich machen Ich bin fast am vorne Ja, auf jeden Fall Gebacken Boom! Da vorne ist die Statue, wo wir schon mal umgelegt wurden Hier sind wir! Guck wie das Gefecht war, ey Boah, das ist mal ne Ballerei, ey Da kommt, da knallt mir den wirksternlosen Arsch Dann kommt jeder von hinten Alter, ich bin nur noch hungrig Immer noch? Ja, ich nehme mal eine Portion eben hier raus, den Rest lege ich da hin Versteh nicht, warum einer? Na gut, meiner wurde angegriffen deshalb Ja, liegt da Einmal esse ich davon noch und den Rest kann Basti haben Oder Basti, bist du hungrig? Äh, ja, aber ich hab Essen Okay, dann esse ich alles auf Ich hab ein Heatpack Ich hab ein Heatpack Ich hab noch Vitaminpillen oben Ich hab auch ein Heatpack Oh, hier liegt sogar... Ach hier liegt ein Benutzer Keep you warm, yay Ich hab hier auch eine Spritze Ja, die hält auch warm Jawohl, ich bin nicht mehr hungrig Aber ab wann regenerier ich wieder halt Blut? Äh, das dauert ewig Das ist leider nicht mehr so wie früher Wenn du was isst, dass du dann pro Steak irgendwie tausend Blut draufkriegst, ne? Ne, es war ja damals so, man konnte Hells sein Eieieieiei, was geht denn hier ab, Leute? Warum? Kommt mal hier in diese Scheune rein, guckt euch das mal an Welche Scheune? Äh, hier diese, diese Garage hier Allein wenn du schon reinkommst und da rein guckst, ne? Da kriegst du echt schon Augenkrebs Hammer, ne? Ich glaub, hier hat einer sich ausgemistet Ja, bestimmt Boah, ich glaub, ich tausche jetzt auch meine auffälligen Sachen mal aus Alter Hier ist noch ne gute Hose, die ist neu Oh, hier ist Munition Echt? Und hier ist Essen Ja, das nehm ich mir auch mal Das ist ein Hammer Ähm, hier liegt ähm 380 Punkt 380 Ist das die, die du nimmst? Äh, die du brauchst, oder? Ähm, ne, aber ich hab ja hier meinen Munitionskoffer So, dann pack ich das eigentlich mal Das ist... ... ... ...